Aber bitte schauen Sie auch hin, mit welcher Breite an Zustimmung dieses Gesetz konkret ist die Impfpflicht beschlossen worden ist und mit welcher Vielfalt auch Medizinerinnen, Expertinnen, auch Verfassungsjuristen bis hin zu Soziologen sagen, dass das der einzige Weg ist raus aus der Demokratie. Die Impfpflicht ist der einzige Weg raus aus der Demokratie. Die Impfpflicht ist der einzige Weg raus aus der Demokratie. Die Impfpflicht ist der einzige Weg raus aus der Demokratie. Die Impfpflicht ist der einzige Weg raus aus der Demokratie. Jawoll! Wie die Kinder, wie die Kinder, wie die Kinder, wie die Kinder Decks, 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 De Im Pflicht ist der einzige Weg, raus aus der Demokratie. Die Sterberate ist mit Impfen siebenmal höher. Es ist ein lebensgefährliches Unterfangen. Die Sterberate ist mit Impfen siebenmal höher. Es ist ein lebensgefährliches Unterfangen. Siebenmal höher. Siebenmal, siebenmal, siebenmal höher. Leben ist gefährliches. Leben ist gefährliches. Liebensgefährliches. 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 Hier, 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 hier. Im Pflicht ist der einzige Weg, raus aus der Demokratie. 3L CKW, Haus aus der Demokratie 3L CKW, Haus aus der Demokratie Vegetiner, 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 Vegetiner Experten 4L CKW, Haus aus der Demokratie 3L CKW, Haus aus der Demokratie 1L CKW, Haus aus der Demokratie 3L CKW, Haus aus der Demokratie Jawohl! Jawohl!